Dann wünsche ich dir mein Schatz, liebe Marina und natürlich Luca, dann Laura und natürlich Nico alles, alles Liebe heute zum Valentinstag. Ja, ich bin ja selber hier überrascht worden, hier im Forum, dass das TV Allgäu da ist. Also würde ich nur sagen, dass ich dich ganz, ganz, ganz doll lieb habe, liebe Marina. Dann ein dickes Bussi für dich. Okay, ich grüße meinen Freund, Dennis Keller und ich wünsche ihm alles, alles Liebe zum Valentinstag. Und natürlich alle meine Freunde, damit die auch nicht den Valentinstag haben. Ich wünsche am Valentinstag meiner Mama, Rosita Prokschi und meinem Stiefvater, Stefan Prokschi, alles Gute zum Valentinstag. Und meine Schwiegermutter, Bärbel Schleif und mein Schwiegerpapi, Frank Schleif, auch alles Gute zum Valentinstag. Hallo Mama, du warst schon mal für mich da, alles Gute zum Valentinstag. Hallo Niki, mein allergrößter Schatz, ich wünsche dir alles Gute zum Valentinstag und alle, die mich kennen. Hallo, ich grüße alle meine Freunde in Füssen und auch meinen Freund in Bremen, der Simon. Ich wünsche euch allen einen schönen Valentinstag. Hallo Kevin, ich wollte nur sagen, ich liebe dich und schöne Valentinstgrüße. Es ist schade, dass du nicht bei mir sein kannst. Hallo ihr Lieben da draußen, ich grüße euch alle zum Valentinstag, besonders meinen Mann, der gerade zu Hause ist und mich mit Sicherheit vielleicht hört oder nicht. Und ansonsten an alle Verwandte, Bekannte, Freunde vor allen Dingen und ja, euch noch einen schönen Tag. Wir möchten unserer Mama alles Gute zum Valentinstag wünschen und bedanken uns recht herzlich für unsere liebe Mama. Elisa sagt auch noch was. Viele Grüße von Elisa und Papa. Hallo, ich grüße meine Freunde aus der Kur und wünsche euch alle einen lieben Valentinstag. Hallo, guten Abend. Ich möchte gerne in diesem Valentintag meine Frau Samara Hassan gerne begrüßen. Ich liebe dich sehr, Samara. Hallo Susi, ich wünsche dir heute zum Valentinstag alles Gute. Es ist schön, dass es dich gibt. Und ja, wir sind jetzt seit knapp fünf Monaten verheiratet und es sind die schönsten fünf Monate meines Lebens. Und in diesem Sinne möchte ich noch die Anja Mayer noch vorstellen. Die ist momentan Single. Also wenn irgendwelches Interesse besteht, dann bitte einfach bei TV Allgäu anrufen, das wäre sie.